Grüß euch, eine ganz kurze Meldung von mir. Hier ist alles gut, ich habe gerade so viel Arbeit und dann arbeite gleichzeitig noch an einem Video, das ebenfalls sehr umfangreich wird. Also soweit, nur damit ihr wisst, dass alles gut ist hier. Wer das hier auf YouTube sieht, möge dann auf meinen Breition-Kanal gehen, der Link ist hier. Der Kanal auf Breition ist da, es sind auch alle Videos da. Wir sehen uns sowieso bald. Fiat euch!